Hallo und herzlich Willkommen zum neuen Paar von Let's Play Super Mario Kart, heute nur ganz kurz mal wieder am Start Aber bis erst nix, oder? Würde ich auch sagen, so, los gehts und viel Spaß Och Gott Ich hab so viel Stress, äh, so viel Zeitstress immer, ist so doof, oder? Eigentlich schon So, hier gehts weiter Los gehts, aber die Musik ist gut, ne? Ja, die will ich auch schön Ach Gott So, warte jetzt, warte jetzt Ach komm, egal, jetzt gehts los, Larry Weil jetzt die Licht Scheiße aus ist, diese Lichtleuchtende Scheiße Lalalalum So Die Lichtleuchtende Scheiße ist weg Kommt doch her Du doof, Mann Ich bin so doof, oder? Ich kann jetzt, ich kann ja nix machen, Mensch Ich bin so doof, oder? Ich kann jetzt, ich kann ja nix machen, Mensch Ich bin so schwach, ich bin wirklich schwach für dieses Level, oder? Naja, vielleicht schaffen wir es jetzt hier, die Ja, jetzt haben wir wenigstens hier die Zielflage bekommen, die halbflage ist noch für nix und das Du machst Woden Sehr schön Zack zack Ich glaube, bei uns ist auch gestanden, aber ich kann jetzt keine Zeit mehr in die Scheiße holen, sorry Mach ich morgen oder so Wir schauen mal Aber sonst haben wir es echt gut gemacht beim Video, wirklich jetzt Ja, wirklich Es war echt ein schönes, schönes, aber wirklich Es ist leider gefällt mir auch wirklich gut wegen den Giften, ne? Ja, okay Nix, das haben wir gut gemacht Oh mein Gott Sehr schön Ja, guck mal Sehr schön Sehr schön, sehr schön, sehr schön Alles klar, bis gleich, ihr Lieben Alles klar, viel Spaß Mit der neuen Folge Mario Bay 10 Ich freue mich sehr drauf und was geht es los, ihr Lieben Wir sagen, Bowser Party, ihr Lieben, Bowser Party ist gut, ja Ja, mach mal so Ja, mach mal so Ja, mach mal so Ja, mach mal so Freies Spiel, spiele einfach jetzt mal so Das spielt kurz gut hier, mach mal, mach mal, komm Das ist ganz gut das Spiel, glaub ich Das Spiel Die Quelle war relativ gut, also mach mal das Spiel, ihr Lieben Ach, ist das gute Laune heute, ne? Ja, wirklich Das ist ganz gut Okay Jetzt Ja, die sind Ja, das ist wirklich Alles klar, Lieben, los geht's weiter gehts ihr lieben, weiter gehts, so los gehts, muss ja auch mal sein, ne, so einen kleinen Streitzerin daneben, lau letzter Runde kommen, alles gut lieben, alles gut, so noch einen Runde und das war dann auch, ok, los gehts, los gehts, schneller, 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 schneller. alles gut so ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal wieder bei mario-projekt 10 vielen Dank für die Zuschauer und jetzt muss ich echt los hier leben weil ich jetzt echt zu schrudeln muss ich mache immer alles so stressig aber alles gut hier leben so bis zum nächsten mal und tschüss, 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 tschüss